Wir haben jetzt gestartet, meine Freunde. So, bei mir ist der Stream jetzt wieder an. Hat das Spiel überhaupt Sound? Ich hab bei mir größtenteils den Sound abgeschaltet. Ja, kann man einstellen. Hab ich auch gemacht, ja, das geht auch gut. Und damit begrüße ich alle hier zu den... Also alle gegeneinander jetzt, hörst du? Ja, ja, klar. Wenn ich denn, doll. Haha, voller Weg. Der stirbt. Digga, hab ich gar kein Schwert ausgewebt, was ist das? Du musst dir doch das aufheben. Oh, oh, oh. Ja. Oh ja, nein, nein. Ja, ich muss leider... Nein, ich bin auch da unten. Scheiße. Ja, ich muss mit Tastatur spielen, ich hab mal nen Controller vercheckt. Du Lobob Kili, äh, Taki. Guck mal, ich kick euch alle runter. Guck mal. Scheiße. Loll. Ich hab da keinen Sound. Nein. Nein! 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 Was ist da nichts zu glauben? Das ist'm fun game bloody roll. Karate Kid. Oh ja, so, ich einmalig mach mein Schwert. Alter, wollte ich nicht kippen oder was. Dann kriegst du direkt aus die Maus. Ey Leute, haben wir Sound? Ja, ich hab den anstellen. Oh manche. Und Haustion. Ey, eine EJ-Mau. Was? Nein? Nein! Ich komm mir vor wie in League of Legends. Wie, ne, mit ihren Fäusten. Richtig so, richtig geklaut. Schaut ihr's an. Hau ab, da geht die Air-Taggie. Ja. Naja. Loll. Ich kippe hier erstmal wieder nach oben. Oh fuck, ich bin so reifer alle, ey. Ey, guck mal, man kann irgendwie wieder nach oben kommen, seht ihr's? Ich fliege vorher nicht runter, ich komm mal wieder höher. Ah, ja, ah, ah, ah. Hä, wie, Leute, wir springen, guck mal. Ah, guck mal. Also man, boah, der kick war schön, Alter. Schafft es halt wieder hier hoch, Mann. Geht doch jetzt einfach sterben. Was ist los mit euch? Ja, ihr müsst mich natürlich wegkicken. Ja, ja, klar. Ja, mich auch. Ich bin einfach übel mit Harden weiter. Aber mit Tastatur, Maus und Tastatur, das stimmt viel geiler als mit Controller. Ja, ist doch so. Ich hab keinen Plan, warum nicht. Ich hab's bisher immer nur mit Controller gespielt. Mit Maus und Tastatur übertrieben. Nicht danach. Nein! Ja, mein Schwert. Endlich. Jetzt geht's los. Ja, klar, der trifft mich noch vorher. Der abgeht mit dem Schwert, ey. Oh shit. Oh nein. Wie kommt man da wieder hoch? Nein, was? Was? Nein! Ich hab 8. Du hast 8? Glaube ich dir. Was? Wo bin ich? Nein! Ah! Aufhol! Ah! Komm schon! Oh! Hi! Hallo! Hi! Was? Was? Jetzt komm schon! Komm schon! Noch ein paar Punkte! Ey! Das wird mir normal wie du krassierig so, Alter! Ich chill! Oh! Boah, Alter! Der haut mich aber auch wieder direkt ins, dann weg, ne? Ah! Dreckst du aus! Ja, schwer! Cool! Schwer, Mann! Oh! Ah! Hey! 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 Ich bin schon rot, ey! Ich bin schon rot, ey! Du bist schon räudig! Oh! 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 Nein! Oh! Nein! 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 Warum krieg ich die Klatsche? Du! Könnt ihr mal jedes Mal, wenn ich zuhau, dann springt er rüber! Oh! Oh! Ihr seid echt überall, ne? Oh! 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 No! Ja! Ich bin nur noch zweiter! One! Ja! Ich bin gerade gesborn, alter! die Punkte da immer wenn man einen Abzug kickt nur dann ja 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 ich bin jetzt ja ich bin jetzt das ist mein Lieblingschirm also ich spielt neue Melvin Fünfter ja besser als Torea aber das war ja auch jetzt mal reinkommen Auf gehts weiß ich ja wie gehts jetzt weiter Warte kurz alle eine Mäse auswählen C mit Next aber ein bisschen Sound wär nicht verkehrt Geht mal, da muss man halt einfach anmachen und auf Fettings und dann, ja... Sounds... Ah! Nimm den Jam nochmal, der war geil! Ah, jetzt so! Jetzt spielen sie alle den Dragon! Der ist ja auch nice, also cooler Karakter! Der Dragon ist mega-kraft, ja! Damit habe ich Alex abgezockt, gestern! Go, go, jetzt, Leute! Go, go! GG! Jetzt zocken wir alle Dragon gegen Dragon! Kommt schon! Kommt ran hier! Oh, shit! Guck dir die Skins an! Kann ich die auch alle nehmen? Wenn du die hast, ja! Klick auf deine Legende, und dann hast du es zum Beispiel! Seht ihr das, die Farben, die ich gerade reinmache? Nein! Moment nicht! Du musst sie noch einloggen! Jetzt? Oh! Oh, lol! Lol! Aber ich hatte noch mehr Sachen zum Aussehen, warte mal! Hä, woher hast denn du die ganzen Gold-Coins, damit du dir die Sachen kaufen kannst? Haben wir gerade gekauft, für real-life Geld! Ja, ne, die kriegt man sonst die Farben kaufen! Was ist gar nichts los, Alter? Go, go, jetzt! Kann den jemand mal kicken? Der macht hier Pay-to-Win! Ne, das ist Pay-to-Skin! Ja, Pay-to-Skin! Der tut uns visuell beeinträchtigen! Ja, finde ich aber auch! Kann mal jemand jetzt den Dings auswählen? Ich hab auch Gold alles, hä? Ey, guck mal, das ist wie LOL! Du siehst voll aus wie Leoric, Mann! Äh, Entschuldigung, ne, das ist ja in Heroes of Storm! Okay! So, wer fehlt denn dann noch? Ja, hier, C is go easy! Wer ist das? Ich hab eingeloggt! Mit Marcel, oder? Ich hab eingeloggt! Klick auf C, Mann! Ne, bei uns steht da, du hast noch nicht ausgewählt, wem wir doch mal irgendwie auswählen! Klick mal auf C! Dann klick mal auf C für confirm! So, ja, C, 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 confirm! So easy ist aber auch zweimal drin, ne? Warte, Mann, wie kann man... Oh, shit! Oh, shit! Ne, du musst den da ra... hä? Press A to join! Leute! Ich bin alle weg! Ne, jetzt bin ich weg, Leute! Warte, ich komm nochmal neu rein! Oh, jetzt, ja, geil, jetzt bin ich drin! Join Game! Join Game, wie war das Passwortnummer? 84685! Glaub ich! 84685! Ja! 84685! Lisa, bist du wieder da? Ne, Lisa ist jetzt komplett aus... So, pass auf, was haben wir denn hier noch alles? Aber Ramon ist da! Aber ich hab das Spiel nicht! Es ist free to play, kannst du dir easy runterladen? Ja, ich weiß! Dauert fünf Minuten! Nein, eine Sekunde! Ja, ja! Also, bei mir, und mein Vater hat ne sehr schlechte Leitung, bei mir hat es keine zwei Minuten gedauert! Jetzt ist wieder jemand raus? Ja! Ja! Nein, warte, warte! Geht nicht mehr, ist schon gestattet! Also, mehr politisch! Da bin ich, da bin ich nicht... Da bin ich, da sind die Einer weniger als gerade oder mich doch nur... Wermeister aus... Strumpur ist ja uns genutzt? Nö! Ne, die haben mal alle kostenlos. Ist das so schön als ohne Melvin? Ja. Ne, schau zu! Geht das? 3, 2, 1... Geht das? 3, 2, 1... Also das Spiel läuft wirklich nur mit WASD und Maus, ne? Äh ja, das hätte ich anders angestellt. Jetzt hab ich das aber nicht mehr so leicht, ich weiß nicht mehr wie es geht. Bin ich denn? Ja, ich kann jetzt. Hat er ja vorhin grün ausgewählt. Nein. Du spielst doch grad nicht mit mehr. Ja, stimmt. Wo bin ich, Alter? Ich spreng dich selbst! Der war weg, erbombt sich, er rückt mich auf. Wer ist denn der grüne Wichsdrache? Ich hab ne Axt, ich hab ne Axt, ich zerhacke! Hack, hack! Hack, hack! Hack, hack! Hack vielleicht, äh, hack! Hack, sag mal guten Tag! Eikau! Loll! 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 Ja! Der Bogen, Mann! Loll! Der Bogen, Mann! Das ist ja richtig geil! Guck mal, der Bogen! Ohohohohoho! Ich hab keine Waffe mehr! Ach, Loll! Ey, das ist, ey, das ist, ey, das ist... Nein, nein! Wie spielst du denn dann wieder nach oben, Leute? Nur mit, nach... Nach oben drücken und dann Leertaste! Also Leertaste, Mann! Oh, Loll! Er boxt mich mit den Päusten! Oh, what the fuck, Alter! Ich komm mal jetzt noch wieder back, Alter! Oh! Der rote Drache kann nicht mehr, Mann! Oh! Der rote Drachen-Kaiser ist back! Hihihihi! Keine Anspielung auf Highschool-DXD! Keine Anspielung auf Highschool-DXD! Wir bewegen einen anderen... Lady Rios, ich komme! Oh! Ich komme! Oh! Ey, Ne, oder? Ey, Ne, oder? Er hat mich nur Euro, Mann! So, so! So, so! Die Rios! Ihre Brüste sind so hart und weich! Das macht etwas in mir ziemlich nice! Hahaha! Das ist doch cool! Hattest du nicht gedacht, jetzt ein Könntchen beamen? Oh, shit! Nein! Wer ist Togi, Alter? Wie ist früher das Geld, Alter? Wie ist früher der mit mir gespielt, Alter? Ja! Komm schon! Ich habe meinen Dodo ausgepackt und dann hast du gesehen! Wohl! Wer da marscht auf die Lüge! Ich bin zweimal runtergelaufen, weil ich... Weil ich... Weil ich jetzt doch... Tschüss! Ey! What the fuck, dude? Oh! Nein, 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 nein! Hehehe! Oh! Jetzt fiff ich aber ab! Ah! Oh! Piss! 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 Hey, du Goldner Power Ranger! Komm her! Hahaha! Oh! Oh! Och, Tecky, Mann! Ich brauche doch nicht so eine ab, du feige Ratte! Tschüss! Oh! Wie werfe ich denn meine Waffe? Wie kann man einen werfen? Ey! Ey! Das weiß ich auch, wie man die großen Kicks macht, Alter! Das bringt mein Höschen aber gar nicht zum Südieren! Tschüss! Was sagte mein Höschen? Soll vibrieren! Oh! Ich leu... Oh! 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 Trudier war ausgeladen, Alter! Schlimm, ey! Das ist so geil! Hu! Das ist wie ne Mixer! Ich will den Drehwurm! Ach, der Bahn fahren! Oh! 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 Ich will den ganzen Drehwurm wegnehmen! den Kipf! Ein von den Goldenen, wo ich will jetzt! Pö! Wer ist denn jede Golden Skull? Ja, den Roten! wie haben Sie sogar Reinhardt? Ja! Ach! So werde ich weg! Geht mit Jonas ab, Digga! Wieso? Ja, du gehst mein Gott, ey. Das ist jetzt wieder der erste Abstand für dich. Ey, jetzt hab ich Axt. Wow, Teki, der war schön. Der war geil, Alter. Der hat mich richtig gefickt, Leute. Axt gegen Samurai-Schwert. Na, wer hat den längsten? Du nicht. Du nicht, ich fliege raus. Okay, lol. Aber die Runden sind irgendwie zu kurz, ne? Schade eigentlich. Ja, kann ich den einstellen. Ja, kann ich den einstellen. Ah, ich muss erst mal noch mal. Komm her, ich will euch auch mal tröten. Der war hart, Mann. 13 Sekunden. Und wer ist Axt? Hattori ist es nicht. Ne, noch nicht, Digga. Nur noch nicht. 5, 4, 3, 2, 1, Annal! Ja, ich bin erloft. Ist das gut, EZ? Ja, ich bin erloft. Nice. Jetzt stelle ich mal alles weiter ein. Mach mal immer auf Next die ganze Stelle. So, Settings. Time. Wir machen mal 15 Minuten, ne, 15 Minuten zu lang. Machen wir mal 12 Minuten. 10 Minuten reichen. 10 Minuten reichen. Bis zum nächsten Part. 10 Minuten Jamembelembach. Bis zum nächsten Mal. Ballanzieht. 10 Minuten. Und das. SENTE